Ok So, hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Squibby, oh, da steht ja sogar da rum Hallo Mit uns allen Ja, wir alle Jetzt schon einen Daumen runter, alter Oha Ok, die sind verbunden, ne, dass ich mich jetzt nicht vertue Ja, das ist verbunden Du gehörbt Jetzt kann ich bitte hier Alter, ich hab den Stift ausgewählt, du Esel Ah, hey, man, ihr kennt das überhaupt nicht, was Ja, Gott Komm, also ein bisschen hätte man es anscheinend schonern kann Ja, ich wollte Leon nur auf die falsche Pilze verlocken Achso Ah, Leon hat immer so lange Wörter Ich hab's Ganz klar Ok, ne, Moment Hab's Der Boy, alter Oh no, ich hab noch radiert Geil Oh, als ob du, als ob du, als Ja Warum Warum ist denn, warum ist denn, warum steht denn da nur Hängmatte? Weiß ich nicht Weiß ich nicht Hängmatte Als ob du bei zwei Scheißbäumen, dir das direkt einfällt Doch, als er versucht dann eine Verbindung zu malen Ach, die Scheiße Das ist ja, alter, das ist superschwer, ne Ich sag doch so schon mit Es ist bestimmt einfacher Das, ne, ohne Scheiß, das ist superschwer Dann schafft Oh Gott Sind seine Pupillen sauer? Habt ihr Probleme mit den Augen? Wenn ich lache, muss ich immer Ok Hat er einen grünen Starr oder so? Ist das das? Ok, jetzt kriegt er seine Haare Scheiße Korrekte Haare Worum geht's? Ich bin mir auch nicht sicher Es geht um ihn Aber achtet auf deinen Mund Er ist nicht glücklich Es ist ein Gefühlszustand Ich fand Melanconisch schon richtig gut, ja Warte, ich mal hier oben mal weiter, während ihr nachdenkt, ok? Ich komm nicht drauf Warte, ich muss hier erstmal... Ähm Machen wir das hier mal zu nem Hut, dann sieht's nicht allzu scheiße aus So Alter Oh fuck Boah, ich bin dumm Mürrisch, Alter Das ist aber auch... Mürrisch geschrieben Das ist ein hartes Wort, oder? Mürrisch Aber wie? Mürrisch Ja, das ist schon ein hartes Wort gewesen, das stimmt Aber ich wusste auch nicht genau, wie ich das malen soll Ja, das ist wirklich schwer zu malen Warum hast du es dann genommen? Weiß nicht, ich fand das witzig Äh... Was? Es könnte alles sein Nein! Ah fuck Oh, warte, warte, ist es vielleicht das... Habe ich es falsch geschrieben? Äh... Ist nicht so schlimm, dass ich das jetzt wirklich... Nein, ich hab mich schon wieder verschrieben! Ich hasse diese Scheiß-Tastatur! Aber ich hab's... Ach, leck nicht, halt den Rollen Ja, also ich bin doch selber noch... Aber das ist diesmal nicht so weit dran vorbeigezeichnet, ne? Also... Darf man Zeichen machen? Wie? Zeichen und Buchstaben, darf man das? Ja... 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 Ist kein Problem Ich hab auf den Kugelschreiber... Ja, egal, ich mach das trotzdem nicht Ich hab ja auf den Kugelschreiber auch SPD geschrieben Ja Nein, aber da war auch unendlich und dann hätte ich einfach eine Unendlichkeits... Oh Gott, das hier riecht scheiße aus Hä? Was war denn? Pst Hä? Hä? So, also hier rum geht es, ja? Und jetzt... Den Pokéball da, oder was? Handball? Das ist ein Glas Wasser, ja? Ich mal jetzt, was man damit macht... So... Und dann da rein... Was? 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 So, und vorher ist er so Und danach, und danach so Gleiche Was? Also das ist ein Glaswasser Wahrscheinlich Gleiche Ja, das ist ein Glaswasser Oh, soll das eine Pille sein? Tablette Es sieht einfach übel aus, wie ein Ball, Alter Ja Warum sollte man den in ein Glas Wasser packen? Ja, ich wusste nicht Ich wollte nicht 3D malen, es tut mir leid Es gibt komische Menschen Packt so einen Pingpongball in ein Glas Wasser, zieht sich das rein Hä, Bierpong? Du trinkst so nicht den Basti, du sollst den nicht trinken, ne? Davon haben wir jetzt auch nicht geredet Maski trinkt immer außerdem den Pingpongball Und dann am Tag danach schöne Überraschung Es ist kein Koffer, wie kann das kein Koffer sein? Es hat was Also es ist ein Koffer Also das, was ich gezeichnet habe, aber das Wort ist nicht Koffer Was hat halt damit zu tun? Was macht man denn? Also wenn... Was denn wollt... Was wolltest du schon... Gespeckel? Was? Also jetzt musst du eigentlich drauf kommen Ach so Ja Gespeckel Ich hab ein bisschen auf der Tasse Tora's gerutscht Jolki ist schon gesagt Scheiße Ah, ich mach's einfach Schnell, ich mach das einfach Nein Es ist gut, es ist gut Was? Ah Also das geht eigentlich so ein bisschen mehr rein Warte, warte, ach so Wird das mit einmal oder zwei? Du hast unendlich Versuch gerückt, es Ein bisschen seit das und noch Hä, du hast Ballon geschrieben Ballon So Ach so Ich dachte am Anfang, Junge Dass das ein scheiß Clown ist Wird gehen Ballon Ich hab keine Ahnung Ich hab's jetzt schon wieder vergessen Und der hat immer die langen Wörter Okay, Leute Das schafft ihr Hubschrauber Ich glaub an euch Junge Hab ich's nur falsch geschrieben Nee, es ist Du musst dir vorstellen, dass Dass man das im Kino benutzt Dass man das was? Im Kino Denk mal ans Kino Und was machst du da? Film gucken Genau Oder bei McDonalds Was? Also deine Tiefschläfen Denk aber selber nicht Ich muss mich verarschen Also welches Wort hab ich ganz am Anfang gesagt? Kino Hubschrauber, du Idiot Die kannst du auf Helikopter kommen Aber nicht auf Hubschrauber Ja Erstmal stumpf stellen Die Kacke Bruder Das ist nicht korrekt Ja, ich weiß Aber ich glaub Damit erkennt man das auch Damit erkennt man das leichter Ja, das stimmt Oh, ja, ja Oh, ja, ja Oh, ja, ja Schlag Schlag Jetzt schon Daumen runter, Alter Jetzt hörst du nicht Kann man mehrere Daumen runtergeben? Nee, kann man nicht Schade Oh, toll Nicht dein Ernst, Alter Du bist richtig nah dran Bei Fenster Was hat man noch im Haus? Was hat man noch im Haus? Denk mal an eine Küche Ach, das ist so eine Straße, Alter The fuck, Alter Jetzt bin ich aber noch verwirrter Was? Warum machst du eigentlich nur Drei Straßen dahinter? Kreuzung? Kreuzung? Wie ist denn Wie ist denn Fenster nah an Kreuzung? Junge, das war doch nicht ernst gemeint, Mann Ach, du schaffst die, Alter Ja, hä, wie soll ich das denn auch von Mist? Wie würde ich mich denn schon irre fühlen? Richtiger Rufensohn, Alter Bei Rufschaum habe ich ja auch gesagt, dass er an den Kino und McDonalds denken soll Das sei auf jeden Fall ernst gemeint Du bist ein schlechter Mensch Das hat mich hart verwirrt Hä? Was? Sehst du dieses Zeug drin? Nudeln? Pommes? Ein Nudelbad Was? Äh, äh, äh Was? Das ist nicht? Ach, äh Erkennt man das? Man kennt wahrscheinlich nicht, was das sein soll Ja, ja, doch! Ja Ich Der Mann versteht nicht Ich weiß nicht, was ich noch sehen muss Ich finde diesmal Pommes sind wirklich ein guter Tipp Weil ich damit an McDonalds denken musste Und bei McDonalds Ach, ähm Der Kinder Ach, ähm Ach, so Ab jetzt hört keiner mehr auf, Niklas Denn wenn einfach nur mal gewinnen Wird er nicht abends wieder weinen muss Dass er nie bei Scrooge geht, Alter Ich habe Ballon falsch geschrieben Ja, sehr falsch Ballon Ist das Ballon? Fast Nah dran Oh, scheiße So Ach man, Leute Ich will doch nur Das nächste Mal mal ich was komplett anderes Damit ich mehr Zeit habe, Leute Ach man, schon Ich habe gewonnen Ich finde das unberechtigt, ja Es fehlen 30 Punkte Und die hätte ich locker bekommen Wenn ich Kreuzung richtig gespielt Das ist Das ist unfair Ich würde sagen Hade rein Bis zum nächsten Mal Tschüss Tschau Ach, tschüss